Mein Name ist Uwe, ich bin hier angestellt, sozusagen mache den Markt für unsere D-Meter-Gärtnerei in Großhöchberg. Wir sind hier in Schwäbisch Hall, mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt und bieten eigene Produkte in D-Meter-Qualität an und auch andere Produkte, die wir zukaufen, wenn es geht, in D-Meter-Qualität, sonst in Bio-Qualität. Aber unsere Sachen sind wirklich reine Bio-Sachen. Gut, wir haben Südfrüchte, also wir haben Obst, Gemüse, das und Salate. Die Salate im Moment, Hauptsaison, die von uns sind. Sind aber auch jetzt gerade viele Sachen, weil einfach die Ernte kommt. Die Salate im Moment, Hauptsaison, die von uns sind.